Jetzt geht es los mit dem Video. Viel Spaß! Wer hat mir die Rose auf den Hintern tätowiert? Der Abwasch ist gleich fertig, dann gehe ich mal mein Kostüm raussuchen. Das wird so toll, Luna und Marlene, wenn wir uns als Elfen verkleiden. Wollen wir dem Papa morgen einen lustigen Streit spielen? Ja, auf jeden Fall! So, ich bin fertig, Karneval kann kommen. Aufstehen, es ist Karneval, wir wollen doch jetzt einen Streich mit Papa machen. Wir kommen! Hier, Papi, für dich! Ah, na warte, wenn ich euch kriege! Ich muss los, uns geht der Zug ohne mich. Okay, bis gleich, mein Schatz! Kinder, wir müssen gleich los! So, nur noch Kostüm an! Wir sind startklar, Mama! Juhu, es geht los! Karmele, Stressje! Hier, das ist für dich, junge Dame! Danke! Karmele! Ob wir Papa erkennen werden? Bestimmt! Hier, die Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Stress hier, Stress hier, Stress hier. Hier für dich. Danke, danke, danke. Für die allerbeste Frau. Danke, mein Schatz. Für meine anderen zwei Goldschätze. Danke, Papa. Danke, Papa. Jetzt kommt die Wäsche, Prinzessin. Das ist für dich. Danke. So, ich gehe mal kurz Tag sagen. Hallo zusammen, ich bin's, die Oma Maike. Hallo Omi. Schön, dass du da bist. Wir haben so viele Süßigkeiten gesammelt. Karneval ist so schön. Hallo zusammen, das war's schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Was wart ihr an Karneval verkleidet? Ich hatte ein Kostüm von der Ben Queen an. Wir sehen uns nächste Woche bei einem neuen Video. Tschüss. Hat euch das Video gefallen? Wenn ja, gebt uns einen Daumen nach oben. Wenn ihr bei Ella klickt, könnt ihr unseren Kanal abonnieren.